So einfach ist das? Und diese Verdeckungen aufdecken, das sollten wir aber auch machen, oder? Ja gut, Verdeckungen aufdecken ist immer so eine Sache. Es gibt ja manche Stellen, wo diese komischen schwarzen Dronadios, das stimmt nicht jetzt mal Sinn, wenn du da durchfährst, deckst du halt eh eine Fläche auf. Weil irgendwo muss ja dann diese zusätzliche Trucks sein? Irgendwo muss das Ding noch sein, richtig, richtig. Ah, die rote Linie, die ich jetzt habe, die geht doch geradeaus durch den Walz, das kann ich doch gar nicht verwenden, oder? Ne, das ist bloß so eine grobe Richtung halt, wo du lang musst. Ah, okay. Das ist noch alles klar. Also das heißt, jetzt müssen wir erst mal wieder Holz auftreiben? Jetzt müssen wir wieder Holz auftreiben, man müsste theoretischerweise... Ja, hier unten ist ein Holz und wo ist noch Holz? Das ist jetzt so eine Sache. Da müsste man halt wissen, wo die Verdeckung hier ist. Aber wir können ja einfach mal Richtung, Richtung anderes Ziel mal fahren, und mal gucken, wie es dort halt aussieht. Das machen wir. Gut. Weil jetzt haben wir Leergewicht, jetzt geht das so ein bisschen schneller, aber jetzt kannst du auch schneller tippen. Ja, ich hoffe mal, ich muss den Kran nicht verwenden, weil ich weiß nicht, wie ich den steuern mit dem scheiß Gamepad. Achso, das ist ja sogar noch eine Kameraperspektive, die ich noch gar nicht so ausprobiert habe. Naja, die ist auch nicht so toll. Ja, das sah lustig aus. 50 Schaden. Oh, mein Anhänger sieht auch gerade sehr gut aus. Ja, ich komme gerade mal nach, der hat eine kleine Erektion gerade. Klassisch. Na egal, so geht er mir hier hinten wenigstens nicht auf den Sack. Ja, in solchen Momenten pflege ich dann immer zu sagen, das habe ich absichtlich gemacht. Also, deswegen mache ich das nämlich jetzt auch. Scheiße, du bist Lungen. Warte, nochmal auf die Vorder gucken. Ja, passt. Das ist passt. Okay, Ziel nach Putsch. Naja, ich habe ja auch schon mal in einem Trailer, habe ich aber schon so ein richtiges Panzer ähnliches Teil gesehen. Das sah ganz cool aus. Ja. Ich kenne mich ja mit dem Kram nicht aus, mit den Fahrzeugen so. Es sind viele russische Fahrzeuge. Ja, das ist auch von Russen gemacht wahrscheinlich, oder Polen wieder halt, so wie der Eurotruck. Ich glaube, von Russen. Wie viel Sprit hast denn du? Ich habe noch 143 x 270. 143? Ja, 142. 142. Da bin ich ja ganz gut dabei hier, wieder voll der Öko. Ach, ist das nicht so ein schönes Bild hier? Da sind zwei Trucks nebeneinander im Dreck. Der eine quält sich mehr wie der andere. Das ist erinnert mich von der Grafik auch so ein bisschen an der Hunter. Ja, kommt hin. Spielst du das noch? Anders spiel ich aktuell noch. Ja. Multiplayer nur, oder? Nur Multiplayer, ja. Nur mit dem Kollegen noch. Der ist da relativ. Ich weiß gar nicht, was jetzt fliegt. Es wird noch 50 schlimm. Es wird noch 50. Anders schön, aber man, anders ist halt immer so eine Sache. Weißt du, mal hast du. Ich hatte zum Beispiel eine letzte Woche, da hatte ich echt vier Folgen lang gar nichts passiert. Ja, ja, ich habe es ja auch gespielt. Das ging mir auch mal so. Das ist so ein bisschen... Oh nein! Nein, 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 nein. Alles im Griff. Ja, ich habe eben auch schon überlegt. Ich überlege gerade eben, weil der Oro Truck Simulator 2 Multiplayer so gut ankommt, versuche ich eben jetzt gerade, überlege ich jetzt gerade mal so ein bisschen, ob ich meinen Kanal so ein bisschen in die Richtung auch trimme, weil es fragen ja immer wieder Zuschauer, ob sie mal mitspielen dürfen. Ich fahre jetzt einfach mal hier lang, spielen wir nicht so sicher. Warte mal, da war Kraftstoff gestanden. Ah ja, guck mal. Ach, guck mal an, hier kann man was freischalten. Und Kraftstoff dann. Hör da, schau her. Da kann man den Öffsatz freischalten. Oder nee, ach nee, hier kann man öfftanken. Ah, so rum. So rum wird ein Schuh draus. Ja, das ist schon nicht schlecht, weil ich habe ja nur noch die Hälfte. Ja, wunderbar, sind wir dafür. So, einmal den Frenkel abfüllen bitte. Und hier kommen wir wieder auf dem Oischen weg. Lieblich, ja. Ja, ich habe mir auch überlegt, ob ich den Hunter nochmal ausprobieren soll, Multiplayer. Mal gucken. Ich muss erst mal schauen, wie hier das Spin Tires ankommt. Was doof ist halt, die Zuschauer glauben ja anscheinend, man hätte nichts Besseres zu tun, als ständig mit ihnen zu spielen. Aber das geht ja leider nicht, ne? Das muss man dann an der Stelle auch nochmal sagen. Ja, ne, das geht leider Gottes durch meine Wissens, weil ich es doch jede Woche dreimal sage. Aber zumal, gerade bei mir ist ja LS halt so groß, weißt du. Ich spiele LS schon privat gar nicht mehr, weil ich es nicht mehr sehen kann. Ja. Da wurde mal abgesagt. Ja, ja. Das ist immer so eine Sache. Aber wir haben das so eingerichtet, wir machen eben an der Woche Samstag einen Livestream. Und dort können die Leute halt mit uns zocken. Und Community TS, da kommen wir eben an der Woche, quatschen da mal zwei, drei Stündchen. Und dann ist das ein guter Ausgleichs-Arsch bei der Maura. Ja, man müsste, man kann nicht jeden nehmen auch. Wenn ich das mal mache, dann suche ich mir die auch gezielt raus, die Leute. Da dürfte nicht sauer sein, weil es gibt halt einfach auch Leute, die haben keine gescheiten Headsets. Dann ist die Tonqualität für den Arsch. Und das ist alles nicht so einfach, wie sich die das vorstellen. Weil wenn ich dann mit denen spiele, dann möchte ich auch es aufnehmen und möchte auch was davon haben. Ach, hier. Da hinten ist ein Nest-Abladesteller. Die ist gar nicht so weit entfernt, ging es ja mit der anderen. Ja, jetzt brauchen wir Holz, ne? Ja, jetzt bräuchte man in der Theorie Holz, das ist richtig. Aber hier muss ja irgendwo was sein, wo man mal wieder was aufdecken könnte. Ja. Was schon mal interessant zu wissen, wo die zweite ist. Soll ich mich jetzt woanders rum quälen, wenn es hier halt einfacher geht? Ja, das ging aber echt fix. Wir sind gar nicht so weit voneinander. Ich bin hier, das ist richtig. Machen wir mal kurz okay. Soll ich mal sagen, wir fahren mal kurz durchs Gelände. Dann probieren wir hier was öfter. Dieser große Truck hat auch den Vorteil, so diese kleinen Bäumchen, die macht er einfach weg, ne? Ja, ja, die fährt ja ohne Probleme. Ich glaube, ich guck erst mal zu. Ja, guck erst mal zu. Das sieht ein bisschen... Rotbrink aus. Das Wasser sieht echt... Also wenn das dann so schäumt, das sieht so geil aus. Ja komm, HWC. Boah, da haut's den Dreck hier rum, ey. Oder die Waldfee. Ja, wo lang sag ich mir hier immer wieder. Wir holen uns einfach mal geradeaus, obwohl wir schon mal was finden. Ja, vielleicht mal sowas so eine Aufdeckung dann und vielleicht ist da ja mal... ...irgendwas geiles. Ich find's auch cool, dass man die gleichen Fahrzeuge hat. Holla! Da sind wir um Sümpf. Ja, das sieht krass aus gerade. Ich sehe ja noch keine Aufdeckung nicht. Gefährlicher Wasserstand, komm komm raus, Baby! Kämpf! Kine, gib alles! Bisschen Kalorien verbrennen, bist nicht so fett. Komm mal gleich. Komm mal gleich. Oh oh, nein, 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 das sollte man dann doch nicht machen. Ich hab keine Ahnung wo du bist, ähm, ich werd einfach mal... Ja, 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 einfach, äh, einfach Richtung... ...so'n scheiß Dänne-Pool mal. Also ich weiß, dass hier so... Ich muss gerade mal auf die Korte gucken, dafür müsste ich gerade mal auf eine Ebene halt kommen, wo ich nicht einsenken kann. Ich bin hier, das ist schön. Ich muss... Wir müssen eigentlich... Fahr mal nicht, also bieg mal nicht bei mir ein, bleib mal gerade. Das wird mir gerade irgendwie... Ja, wir müssen weiter geraten. Weiter diese Richter? Weiter geraten. Oh ja, ich glaube, da geht's auch weiter. Ich bin mir halt gerade nicht so sicher. Wäre ja langweilig, wenn du schon alles wüsstest. Ist richtig, ist richtig. Aber ich muss hier erstmal irgendwie kompetent wenden. Ach, wenden müssen wir? Nee, ich muss wenden, weil ich hier rechts reingefahren bin. Aber wir müssen gerade aus. Okay. Ihr könntest denn den Witz mit den Tänzchen nochmal bringen, ne? Oder wie war das? Äh, wenn du Sachse, Mami Land und Dänne-Pool bestellen willst... Attention, please. Genau. Attention, please. Ja gut, Harald, du hast gerade das gemacht, was du nicht machen sollst. Okay. Super. Ich hab alles im Griff, ich folge dir einfach. Ja, ja, gut. Was du machst, das krieg ich auch hin. Hier muss es doch irgendwo weitergehen. Du bist dort, das ist schön. Na komm, drehe um die Kamera. Das sind massenhaft Verdeckungen. Ja, wir fahren jetzt einfach mal da. Zur Verdeckung? Ja, ne, ne. Direkt bei Verdeckung sind die manchmal sogar nicht. Ich weiß es nicht. Wir fahren einfach mal hier durch den Dumpf. Scheiß Baum hier. Ach, da drin, oder? Da drin, da drin, da drin, da drin, da drin. Da drin. Bei der Bundeswehr warst du auch nicht, ne? Ne, ne. Du? Ne. Ausgemustert. Wahrscheinlich wegen... Mangelsorientierungssinn. Was machst du? Versuch mich grad selber zu orientieren. Vorn mal am besten rückwärts. Bleib mal in diesem Ruf. Weil ich weiß nicht, ob es hier weitergeht. Ich hab' diesen Scheiß Stehende herbeigemacht. Hehehe. Skandal, ne? Also... Jetzt hab' ich mich festgefahren, glaub' ich. Komm! Ja, ja, ja. Alles im Griff. Alles im Griff. Du meinst, es geht nicht da weiter? Äh... Naja, doch mit mir und Not. Wir müssen halt irgendwie durch die Bäume. Aber das kriegt man schon hin. Das kriegt man schon hin. Hier ist es halt dann vom Vorteil, wenn da ab und zu Gewinde nahe setzt. Ja, musste ich bislang noch gar nicht. Bei mir werden die Steine schon lebendig mittlerweile. Die zappeln hier rum. Und dann ist es halt so, dass wir die Steine hier sind. Das wird aber eng da vorne. Das wird aber eng da vorne. Der scheiß Kran, mein Gott. Wow. Hehehe. Aua! Jo, Entschuldigung. Wir müssen uns irgendwie versuchen, hier durch die... Durch die Beeme draufzukommen. Hätten wir jetzt bestimmt irgendwie auch noch einfacher Hund bekommen. Aber draufgeschissen. Ich lass mich hier rauskommen wieder. Verlachen. So, jetzt. So, jetzt wird das Maßarbeit gefragt hier, ne? So, jetzt muss ich hier die Wände abmachen. Steckst du? Nö, bin schon wieder frei. Komm mal wieder auf die Straße. Oder ist das nicht? Ne, die Straße. Ich weiß nicht, doch. Irgendwann wieder rechts auf die Straße. Und ein bisschen durchgekommen. Passt doch. Ich häng grad noch ein bisschen, aber... Ich glaube, das ist noch in den Griff zu kriegen hier. Müssen wir nochmal zurücksetzen. Und nochmal mit Schmackes. Vielleicht ein bisschen weiter oben rum. Ja! Hahaha! Alles im Griff hier! Alles klar! Es läuft! Oh! Guck an! 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 Was da steht! Da steht ein Fahrzeug! Hurra! Hoffentlich kann man so fahren. Das ist ein Stratego. Ja, also wenn es ein Rolls Royce ist oder so, dann habe ich glaube ich Bedenken. Ah, hier. Ein Typ C622. Was das auch immer ist. Das ist ein Müllwagen. Guck an! Oder will ich immer zu sagen, Pflege der Mannschaftsbus der Niederlande. Warte mal kurz. Ich guck grad mal, was wir den vielleicht verwenden können. Also verwenden können wir den, aber was der hat. Ich mein, wenn der jetzt schon hier steht. Ah ja, der hat hinten Tanköfsatz drauf. Halt 500 Mille, äh 500 Lötungen, so rum. Problem aber an der Sache, der hat ne... Warte mal gucken. Kein Allrad. Doch, der hat Allrad und Differenzialsperre. Ja, dann würde ich sagen, probiere den natürlich auch aus, ne? Richtig. Ähm. Wie ging das nochmal? V? V, Fahrzeug wechseln und dann auf das Fahrzeug herkriegen. Ja, okay, ich bin... So. Motor sollte ich vielleicht auch noch starten. Richtig. Mann, der haut der schwarzen Diesel hier raus, ey. Richtig. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017